So liebe Leute, weiter geht's weiter mit Bus-Tribulator und wir gucken West Oakwood. Ich brauche nur die... So, ich muss ja jetzt gerade ein bisschen nachgucken, wie ich das mache. Also ich soll die Route erstellen. Das ist mir... Da kann man da überhaupt schon was rausbauen. Mal so nebenbei gerade. Noch nicht, ne? Dafür ist die Strecke noch nicht so geliebt. Okay. So, Route 18. Nachfrage. Ausgeglichen. Ja, ich weiß, wie... Also ich glaube, ausgeglichen heißt ja... Das ist alles lila. Und... Das heißt, zwei Blau-Tourist-Center... Matcher Middle School. City Hall North. Regatta and... Regatta and... Nimitz and Third. Florida Avenue. Chinatown West. Chinatown South. City Hall North. Matcher Middle School. Matcher Middle School. Chinatown South. Chinatown West. Florida. West Oakwood High Street. West Oakwood Bay. Bissell Avenue. Lincoln Street. East Third. Nimitz and Third. East Third Street. Bissell Avenue. West Oakwood High Street. West Third Street. West Third Street. Florida... Florida Avenue. So, ist das nicht? Ja, ist das nicht. Verdammt. Warte mal, ich muss gerade gucken. Warte mal. Bus Simulator. Ausgeglichene Route. Was heißt eine ausgeglichene Route? Brauche ich jetzt. Ah, okay. Jetzt verstehe ich es. Ja, ja, alles klar. Also, noch mal. Route erstellen. Regatta and Jetty. So, also. So, Route erstellen. West Coal. Jetzt halte ich ja kein... Ah. Ruderkonferenz durch hier. Ich muss halt, dass ich... Ich muss jetzt wieder... Ich muss jetzt wieder... So, also... So, also. Das wird jetzt alles ein bisschen blöder gemacht. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... So, gerade... Ich hätte jetzt gerade... das ist die das ist die hier die Code Alex ja ich weise die raus so sorry, dass das jetzt gerade so ein bisschen irritiert ist also runterstellen so, also noch mal so, dann fährst du jetzt da lang drei lila, zwei blau drei lila, zwei blau drei lila, zwei blau aufgabe erledigt so, perfekt das heißt wir brauchen nur noch Gold Island auf 3 zu verbessern und dann hätten wir sie so, Rote wählen das ist jetzt die neue ich weiß nicht, dass wir das wohl jetzt 10 oder 2 so einer der Park oh gut, das ist die falsche die ist das dann nimm ich die aus so, warte mal gute Welt so gut wie krieg ich den jungen übernommen? das ist das ist gut rein so vollzeitbus das heißt du kriegst auf jeden Fall den Eweco Jetzt müssen wir sowieso eine Strecke fahren. Die nächste Aufgabe ist das Ding, um Freize zu bauen. Das haben wir mit Sicherheit heute nicht zu schaffen. Aber so haben wir gerade gefahren. So haben wir die ganze dann irgendwann ausgebaut. Wie gesagt, die ausgeglichene Strecke haben wir heute. Jetzt müssen wir nur auf drei laufen. Ich glaube, dass wir den Gas bis fahren müssen. Aber jetzt fliege ich in so einem ab. So, jetzt muss ich keine rote Ampel überfahren. Hier ist es, glaube ich, erlaubt. In den USA ist es erlaubt. Wenn du rechts abbiegst, kannst du immer abbiegen. Und abhängig davon, wie auf die Ampel, wo du so weg bist. Sonst sind das ziemlich eingangsmarke. Okay. Naja. Gut. Okay. Ähm. Ja. Wachen wir. Oh ja. Das ist klar! Weil das ich aufgebaut bin, ist mir doch echt egal gerade. Das ist hier jetzt hier runter. Weil das Ziel ist, ist halt die Süden, die wir auf Freize sind. Das kann zumindest mal ausgebaut werden, sehr ergangend! Was für eine Nacht, ich bin völlig draus! Seniorenticket einfach in Fahrkarte, okay. Studenten-Ticket passen, genau. Tageskarte. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Normale Fahrkarten, Tagesfahrkarten. Danke. So, jetzt wächst oder nicht? Keine. Boah, scheinen Sie sich mal. Warum bin ich immer so früh? Wie ist es so spät? Wie ist es gar nicht so schlecht? Da kennt man natürlich die ganzen Brüten. Wir fahren also mal ein bisschen in die andere Richtung. So, dann geht's zur Fall. Beziehungsweise regelmäßig haben wir uns hier aufgehalten. Ein cool Lieferwagen. Wer erinnert sich nicht? Hab ich da ja so ein bisschen alle früh. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? 79.000. Können wir fast wieder einen neuen Bus kaufen mittlerweile. Wie ist es? 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 Jetzt. Wie ist es? Wie ist es? Ich bin nur von bei euch. Ich muss mal gerade dem Herrn hier Bescheid sagen, dass er gerade mal aus der Tür rausgehen soll. Für Bluetooth ist es gar nicht so gut so gut. Übert lapsen! Für die Sank lui? Seit demАst ist es günstig! Gut! so ja ist gut Digga, komm, fahr! Ach, das ist ein ganzer Stock! Jetzt zieh ich das gerade erst! Es dauert, dass du jetzt ewig bist, bis du da durchkommst. Das Bild kann doch nicht überholen, weil man weiß ja nicht, ob es da kommt. In Russland kann ich so viel Arbeit erledigen, noch bevor ich überhaupt im Büro bin. Ich stehe hier noch im Staub. Was ist denn heute hier los? Ich kann doch nicht raus jetzt hier, oder? Wir gucken mal wieder, die Bahn zu machen. Ich weiß es mal hier raus. Sieht aus. Ach, weil hier hinten schlaft! Ich bin nicht falsch in der Heimat rumgefahren, ich habe nur die Leute überwürdig. Weil der hier vorne am Bremsen ist. Ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass ich nicht gleich nochmal da durchkommst. Pisschen plastic. Ich bin nicht recapt. Ach, wel nhihe hier hinten. Sieht aus. Ich bin nichtfuhr ich an 드h?! J plaint ничего mit mir Word. Pisschen plastic. Tür Die Haltestelle kann ausgepackt werden. Sehr gut. Das sind immer tolle Nachrichten. Ich muss ja gerade so ein bisschen. Ich gucke gerade drauf. Die Haltestelle hier auf jeden Fall ist der Bomber. So, die. Die. Ist das seltsam jetzt die beiden? Ne, da oben so eine. Leider noch nicht. Leider noch nicht die hier. Das sind, glaube ich, die einzigen, die ich jetzt ausgebaut habe. Ne, nur die zwei, nicht die. Okay. 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 sehr gut es fehlt hat sich noch diese scheiß eine alte stelle so studenttickets einfache fragkarte Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar, zahlst du. Ich glaube, das ist die letzte Altenstelle, die überhaupt noch geht. Da haben wir die auf Stufe 2. Ja, leider auf Stufe 3 Fahrt. Wir werden sie auf normaler Fahrt nutzen. Das ist ein Schwerter. Das ist ein Schwerter. Das war wie jetzt, geradeaus, ne? Alter Fabian! Und die Wegzeichen hier aus dem Ort kam. So, jetzt haben wir aufgehört. Top of a good island ist auf 3. Ja, auf 2. Oh, ein Fahrgarten ist ja eine Fahrkarte. Oh, klar. Tut mir leid. Das war jetzt... So. Hab mir gestern die Seele aus dem Leib getanzt bei der Party. Ich bin immer noch völlig fertig. Okay, keiner mehr. So, kann ich jetzt jetzt fahren, weil da keiner mehr steht, oder wie sieht das aus? Ich weiß, dass ich jetzt... Das ist nicht wahr, ich hab ein Scheißmusik in der Richtung los. Ja, ja, ist mir gerade egal. Ich spare mir jetzt gerade ein bisschen Zeit. Ach, geht nicht. Hupsi. Nee, egal. Ich glaube, ich muss jetzt hier hoch. Scheiße, ich brauche auf all die Scheiße gerade. Ach, du Schmick. Da ist doch Fahrrad, du. Das war mir so die clemeste Idee gerade. Scheiße. Allein eigentlich war es anders geplant. Ich dachte, ich bin jetzt schon ein bisschen Zeit von der Uhr. Gebe ich einfach quasi den Weg gründen. Okay, das war jetzt auch für das Schwachsinn. Das war mir so, dass ich jetzt gerade ein bisschen missgebaut habe, weiß ich. So, jetzt ist es richtig. Es war einfach ein bisschen, keinmal gedacht, ziemlich ehrlich gemacht. Also bitte, liebe Leute, mag das nicht so, wie ich das gerade gemacht habe. Ja, zumindest die Vorbereitungen wissen wir bescheid, wissen Sie, wie es geht. Weil, wie gesagt, fahre, 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 diese Strecke. Ich konnte die ausbauen. Definitiv nicht so, wie ich das gemacht habe. Das war mir wirklich jetzt nicht einfach der mit. Das ist alles knallrot da oben. Und noch ein, denkst du? Ich habe den Fußgänger, glaube ich. Die fahren wir auf jeden Fall auch noch richtig. Nicht in dieser Folge, aber die müssen wir sowieso noch fahren. Deswegen will ich es jetzt auch. Klar, ich holte jetzt viel Geld, aber es ist wirklich arg. Die machen wir noch mal richtig. Ja, wenn du nicht stehen bleibst, bloß. Ja, Mann. Also, ja, wir sollten es viel. Also, liebe Leute, so wie ich das jetzt gerade im Spiel gemacht habe, mache ich es nicht für den Lass. Da wollte ich niemals tun, aber es wäre auch absolut, ja, witzig. Ja, wie gesagt, wir haben über 10 Minuten gespielt. Island Inn? Warum Island Inn? Ich dachte nur, ich habe eine Haltestelle vergessen. Oh, ernsthaft, ich habe eine kacke Haltestelle vergessen. Ich fahre den Weg jetzt zurück, oder was? Ich muss was machen. Nee, scheiße, Mann. Ich muss was machen. Wir machen die Kompeten immer neu. Ich brech das hier jetzt ab. Mehr oder weniger. Weil, wie gesagt, wir haben die Kompeten, warum auch immer mehr als an Island, wenn wir es mal vergessen haben. Ich wollte jetzt clever sein. Ich dachte so, ich fahre jetzt zurück und fahre wieder in die Stadt rein. Nö, ich nicht. Scheiße. Da außen durch, oder was? Ich habe jetzt gerade hier abzupfen, abzupfen Burks gebaut. Das war hier gerade mit Scheiße zusammen, ey. Mein Gott, Alter, wenn man sich da unbedingt noch reindrücken muss. Vielleicht eine Mini-Lücke. Eine Mini-Fucking-Lücke. Und was macht man da? Ich war da mal rein. Herzlich willkommen in der Rundfahrt. Fahr doch gar weiter. Bleib doch nicht im blöde Werk. Ich bin nicht raten. Ich stehe natürlich auf der falschen Seite. Ich stehe mich jetzt hier hin und mache Feierabend. Geh einfach weg. Neuer Busfahrt, das läuft überhaupt nicht mehr zusammen. Ich glaube, die waren alle jetzt raus. Falls auch noch jemand hier drin ist. Ja, wir machen sie in der nächsten Folge. Das ist wirklich nochmal neu. Und machen sie richtig. Und wenn sie sich irgendwie mit dem Krankenquakel mit dem sie eher ausbauen müssen. Deswegen werden wir sie noch ein paar Mal fahren müssen. Und dann hätten wir die bisschen energet. Ich habe das heute mal kurz leider überlegt. Ich lag es ja nämlich nicht mehr. Ich glaube, das mag ich es ja nicht so. Es ist gerade noch ein bisschen zu eng. Es ist eine schöne Gegend, aber es ist ein bisschen zu eng. Ich wollte ganz klein mal sagen, weil wir da vorne rumfahren. Jetzt fahren wir nämlich richtig hier. Ich habe nichts an das Lincoln Street. Warum auch immer mehr die... Warum die haben ja auch die Haltestelle nicht genommen, aber weiß ich nicht. Ah ja, das ist ein bisschen zu eng. Ah, wir haben die Frage, wenn wir jetzt die Frage haben. Ah, das ist es. Naja, haben wir nur noch eine kleine Doppelte von 30, dann haben wir noch mal ein bisschen Zeit Ja, für mich dann nehmen wir jetzt eine kleine Kutze, wenn ich dann so untergabe ich dann nicht So. Hier ist die Lüte der Kühle. Das ist heiß. Boah. Gott. Hier waren wir ja schon mal. Wir haben was angezeigt bekommen. Ja, wir könnten mal zurückfahren. Wir haben das alles eben vergessen. Ich bin der Kollege. Ah, ich bin der Kollege. Ah, ich bin der Kollege. Ich finde, ich muss Herr Lincoln in der Union abfragen. Ich habe tatsächlich noch einige Leute mit mir ausgehalten. Die haben auch noch gedacht, was macht der da? Was macht der da? Vielleicht hätte ich jetzt hier links abliegen können und dann hätte ich gerade das können. Alles rot. Oh Gott, Alter. Die habe ich heute gar nicht mehr ausgedrückt. Die Linke ist hier. Das wäre doch gut. Stufe 4? So. So, normale Fackkarte. Einfach ein Fackkarte-Rockort, ey. Zieh mal mal 80. So. 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 ausgebaut werden, hier nämlich. 5, sehr gut. Ich muss hier noch eine Fahrkarte haben. Eine halte ich nicht. Keine Sonne sammlerfahren. Ein Wisserminder ist es ein Скlecht. Wir sind nicht mehr an, wir stehen heute im Wissen. Wir nehmen die Polizei nach einem Wissen. Wir sind nur ein Wissen. Wir sind nicht schön. Wir haben jetzt eine Ausbeukabe. Wir sind nicht echt, ist nicht. Nein, ich bin nicht. Man kann die Tascheienstenenstelle mehr Zeit. Schnaliger, die Tascheiensteine, die Tascheiensteine und die Tascheiensteine, sie eine Wissen, die Tascheiensteine, Da sitzt jetzt hier die Linke ins Bild nochmal lang gewesen, weil wir eine Runde fahren müssen. So. 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 die Folge wieder, dann rüber zum Tourist Center und dann starte ich nochmal die ganze Chose neu. Dann zeige ich euch, wie man es richtig fährt. Bis zum nächsten Mal beim Bus sind wir da klar.